Endlich wurden die Menschen, entweder weil sie die Götter versöhnt hatten oder die böse Jahreszeit schon vorüber war, nach überstandener Seuche allmählich gesunder, und als sie wieder an öffentlichen Angelegenheiten teilnahmen, wählte nach Verlauf mehrerer Zwischenregierungen Publius Valerius Publicola am dritten Tag seiner Zwischenregierung den Lucius Lucretius Trizipitinus und Titus Veturius, oder hieß er Vetusius, Geminus zu Konsuln. Am 11. Sextilis traten sie ihr Amt an und fanden den Staat schon stark genug, nicht bloß zum Verteidigungskrieg, sondern selbst zum Angriff. Da also die Hanika meldeten, dass der Feind in ihr Land gefallen sei, sagte man ihnen sogleich Hilfe zu, und zwei konsularische Heere wurden ausgehoben. Vetturius wurde gegen die Volsker geschickt, sie in ihrem Land anzugreifen. Trizipitinus, den man den Plünderern im Gebiet der Bundesgenossen entgegenstellte, rückte nicht weiter vor als bis ins Hanika-Land. In der ersten Schlacht warf und schlug Veturius die Feinde. Dem Lucretius aber, während er im Hanika-Land still saß, entging das Heer der Plünderer, das sich über die pränestinensischen Berge zog und von da in die Ebene herabkam. Nun verheerten sie das Gebiet von Preneste und Gabii und wandten sich aus dem Gabinischen seitwärts gegen die tuscolanischen Hügel. Auch die Stadt Rom traf ein großer Schrecken, mehr durch die Überraschung, als weil sie sich zur Verteidigung zu schwach gefühlt hätten. Quintus Fabius war Vorsteher in der Stadt. Durch Bewaffnung der Dienstfähigen und Aufstellung der Truppen sicherte und beruhigte er alles. Die Feinde also, die ohne sich näher an die Stadt zu wagen, nur die ihnen nahen Gegenden ausplünderten, kehrten um und waren auf ihrem Rückweg, je weiter sie sich von der feindlichen Stadt entfernten, so viel sorgloser, als sie auf den Konsul Lucretius stießen, der schon auf ausgekundschaftetem Weg in Schlachtordnung heranzog und des Kampfes gewärtig war. Da also schlagfertiger Mut bestürzte im ersten Schreckenangriff, so warf eine weit kleinere Anzahl ein großes Heer und schlug es, trieb die Geschlagenen in hohle Täler und konnte sie bei der Schwierigkeit der Auswege umstellen. Hier wurde beinahe alles, was Volska hieß, zugrunde gerichtet. In einigen Jahrbüchern finde ich die Zahl der in der Schlacht und auf der Flucht gefallenen auf 13.470, die der Gefangenen auf 1250, der erbeuteten Fahnen zu 27 angegeben. Wäre auch diese Zahl nicht ohne Zusatz, so war die Niederlage wenigstens groß. Siegreicher kehrte der Konsul mit einer ansehnlichen Beute in sein altes Standlager. Darauf bezogen die Konsulen ein gemeinschaftliches Lager und ebenso ließen die Volska und Äquah ihre geschmolzenen Heere zusammenstoßen. Hier erfolgte die dritte Schlacht dieses Jahres. Das Glück entschied wie vorhin. Auf den Sieg über die Feinde folgte die Eroberung ihres Lagers. So kamen Roms Angelegenheiten wieder in den vorigen Stand. Auch weckte das Glück des Krieges sogleich die Unruhen in der Stadt. Gaius Terentillus Arsa war in diesem Jahr Bürgertribun. Er glaubte, in Abwesenheit der Konsulen habe er freie Hand, als Tribun mit Anklagen aufzutreten, nahm mehrere Tage lang vor dem Volk den Übermut der Väter zum Gegenstand seiner Beschuldigungen und am heftigsten traf sein Tadel die Macht der Konsulen als zu groß und einem Freistaat unerträglich. Nur dem Namen nach sei sie weniger gehässig, in der Tat aber beinahe furchtbarer als die Königliche. Denn man habe in ihnen statt eines Herrschers zwei mit ungemäßigter, unbegrenzter Gewalt. Für ihre Person ohne Schranken und Zügel ließen sie alle Drohungen der Gesetze und Henkerstrafen den Bürgerstand treffen. Um sie so nicht ewig schalten zu lassen, wolle er darauf antragen, zur Abfassung von Gesetzen über die konsularische Macht fünf Männer zu erwählen. Ein Konsul müsse gerade so viel Gewalt haben, als ihm das Volk über sich einräume. Sie müssten aber ihre Willkür und Eigenmacht nicht als Gesetz ansehen. Als der Vorschlag öffentlich ausgehängt war, fürchteten die Väter, man möchte ihnen in Abwesenheit der Konsulen dieses Joch aufbürden. Allein der Stadtvorsteher Quintius Fabius berief den Senat und griff dem Vorschlag samt seinem Urheber mit solchem Sturm an, dass beide Konsulen, wenn sie als Gegner den Tribun umpflanzt gehabt hätten, sich nicht drohender, nicht schreckender hätten ausdrücken können. Aus seinem Hinterhalt falle der Mensch, der die Gelegenheit erlauert habe, den Staat an. Hätten die Götter im Zorn während der Pest und Kriegsnot des vorigen Jahres einen ähnlichen Tribun aufstehen lassen, so würde Rom habe fallen müssen. Dann würde er mit dem Tod der beiden Konsulen, indes die Bürger krank gelegen hätten und so schon alles zusammengestürzt sei, mit seinen Vorschlägen aufgetreten sein, die konsularische Regierung auszurotten. Würde den Äquan und Volkskan im Angriff auf die Stadt zum Führer gedient haben. Was er noch mehr verlange? Ob es ihm nicht freistehe, wenn ja die Konsulen irgendeinen Bürger mit Härte oder Grausamkeit behandelten, ihnen einen Klagetag zu bestimmen und sie selbst vor dem Richterstuhl derer anzuklagen, aus deren Mitte der Beleidigte sei. Der Mensch mache nicht die Regierung der Konsulen gehässig und unerträglich, sondern die Macht der Tribunen, die er jetzt von neuem aus ihrer Ruhe und Verträglichkeit mit den Vätern in ihre alten Übel zurückführe. Ihn wolle er auch gar nicht gebeten haben, nicht so fortzufahren, wie er angefangen habe. »Euch, ihr übrigen Tribunen«, sprach Fabius weiter, »euch bitten wir, vor allen Dingen zu bedenken, dass euer Amt gestiftet wurde, Einzelnen beizustehen, nicht alle zu verderben, dass man in euch, Tribunen für die Bürger, nicht den Vätern Feinde aufstelle. Für uns ist es ein Unglück, für euch ein Vorwurf, wenn ihr den Staat in seiner Verweisung anfallen lasst. Nicht euer Recht, nein, der Hass gegen euch wird sich vermindern. Sprecht mit einem Amtsgenossen, dass er die Sache unentschieden bis zur Ankunft der Konsulen ausgesetzt lasse. Selbst Ägva und Volska verfolgen ihren Krieg gegen uns, als die Konsulen im vorigen Jahr die Seucher wegraffte, nicht bis zur Grausamkeit und Unmenschlichkeit.« Die Tribunen besprachen sich mit dem Terentillus, und als man die Verhandlung dem Scheine nach verschoben, im Grunde aber niedergeschlagen hatte, ließ man sogleich die Konsulen einberufen. Lucretius kehrte mit ansehnlicher Beute mit weit größerem Ruhm heim, und er erhöhte diesen Ruhm bei seiner Ankunft dadurch, dass er die sämtliche Beute auf dem Marsfeld ausstellen ließ, so dass jeder sein Eigentum, wenn er es binnen drei Tagen ausfindig machte, mitnehmen konnte. Was keinen Herrn fand, wurde verkauft. Einstimmig gebührte dem Konsulen der Triumph. Allein die Sache wurde verschoben, weil der Tribun mit seinem Vorschlag auftrat. Dies hielt der Konsul für wichtiger. Mehrere Tage dauerte die Verhandlung darüber, im Senat und vor dem Volk. Endlich ließ der Tribun aus Achtung für den allgemein verehrten Konsul die Sache fallen. Und nun ließ man dem Feldherrn und dem Heer die ihnen gebührende Ehre widerfahren. Er triumphierte über die Volska und Äqua, und seinem Wagen folgten seine Legionen. Dem anderen Konsul bewilligte man den Einzug in die Stadt im kleinen Triumph ohne Soldaten. Im folgenden Jahr bestürmte der tarantillische Vorschlag, von den sämtlichen Tribunen wieder zur Sprache gebracht, die neuen Konsulen. Diese waren Publius Volumnius Servius Sulpicius. In diesem Jahr sah man den Himmel in Feuer. Es gab eine starke Erderschütterung. Dass ein Ochs geredet habe, was man im vorigen Jahr nicht hatte glauben wollen, glaubte man diesmal. Unter anderen Wunderzeichen regnete es auch Fleisch. Diesen Regen, heißt es, habe eine große Schar darin herumschwärmender Vögel weggeschnappt. Was aber niederfiel, habe mehrere Tage hin und wieder gelegen, ohne den Geruch im Mindesten zu verändern. Die mit der Ansicht der heiligen Bücher betrauten zwei Männer mussten diese nachschlagen. Sie verkündeten Gefahr von einer Zusammenrottung von Fremdlingen, einen Angriff auf die höchsten Plätze der Stadt und ein Blutvergießen von da herab. Unter anderem warnten sie auch vor aller inneren Uneinigkeit. Schon machten die Tribunen die Auslegung, dies sei so eingeleitet, um ihren Vorschlag zu hintertreiben, und man sah einem heftigen Kampf entgegen, da lief von den Harnikern, als sollte man sich Jahr vor Jahr in gleichem Kreise drehen, die Nachricht ein, die Volsker und Äkwer, so geschwächt sie waren, machten ihre Heere vollzählig. Zu ihrem Hauptpunkt hatten sie Antium gemacht. Die Pflanzer aus Antium hielten öffentlich zu etc. Versammlungen, sie waren die Anstifter, sie die Hauptmacht dieses Krieges. Auf diese im Senat gemachten Anzeigen wurde eine Werbung anbefohlen und die Konsulen beauftragt, die Verwaltung des Krieges unter sich zu teilen, sodass ihn der eine gegen die Volsker, der andere gegen die Äkwer zu führen habe. Ihnen ins Angesicht riefen die Tribunen laut auf dem Markt, der volskische Krieg sei eine verabredete Posse und die Harniker seien immer bereit, ihre Rolle zu spielen. Jetzt wende man schon nicht mehr zur Bedrückung der römischen Freiheit Kraft an, sondern vernichte sie durch einen Kniff. Weil es keinen Glauben mehr finde, dass die beinahe aufgeregenen Volsker und Äkwer imstande sein sollten, als Angreifende den Krieg zu erneuern, so sehen sich die Väter nach neuen Feinden um und brächten eine treue, nachbarliche Pflanzstadt in Ruf. Angekündigt werde dieser Krieg den unschuldigen Anziaten, geführt mit dem römischen Bürgerstand, den sie mit Waffen belastet in fortstürzenden Lügen zur Stadt hinausstoßen wollten, um sich durch diese Austreibung und Verbannung ihrer Mitbürger an den Tribunen zu rächen. Als dann sei es, und man möge nicht glauben, dass sie etwas anderes dadurch bezweckten, um den Vorschlag getan, wenn man nicht bei Zeiten, solange die Bürger noch zu Hause, noch in der Toga wären, Vorkehrungen treffe, sich nicht aus der Stadt vertreiben, noch das Joch aufbürden zu lassen. Wenn sie Mut hätten, sollte es an Hilfe nicht fehlen. Alle Tribunen wären eins. Von außen sei kein Schrecken, keine Gefahr zu fürchten. Schon im vorigen Jahr hätten die Götter dafür gesorgt, dass man in Verteidigung der Freiheit unangefochten bleibe. So die Tribunen. Gegenüber hatten sich die Konsulen ihre Stühle hinstellen lassen und hielten vor den Augen der Tribunen die Werbung. Diese kamen hierher gerannt und brachten die ganze Versammlung mit sich. Als zum Versuch wurden einige aufgerufen. Und sogleich kam es zu Gewalttätigkeiten. Legte der Hescher auf Befehl des Konsuls Hand an einen, so befahl der Tribunen, ihn zu entlassen. Und niemand beschränkte sich auf sein Recht, sondern man musste sich zur Erreichung seines Zwecks auf seine Stärke, auf jedem Versammlungstag, auf seine Faust verlassen. Hatten sich so die Tribunen benommen, um die Werbung zu vereiteln, so benahmen sich die Väter ebenso, den Vorschlag zu hintertreiben, der an jedem Versammlungstag erneuert wurde. Die Schlägerei begann, so wie die Tribunen das Volk abtreten hießen, weil die Väter sich nicht wegtreiben lassen wollten. Von den Bejahteren mischte sich eben niemand ein, denn es galt hier keine kluge Leitung, sondern dreistes Wagen und Kühnheit entschieden. Auch die Konsulen zogen sich sehr zurück, um nicht in der allgemeinen Unordnung ihrer Würde einer Beschimpfung auszusetzen. Einem jungen Quinkzius mit Vornamen Cäsor gab teils eine hohe Geburt, teils seine Körpergröße und Stärke viele Überlegenheit. Über diese von den Göttern ihm verliehenen Vorzüge waren viele Ehrentaten im Krieg und Beretsamkeit vor Gericht ein erworbenes Verdienst, sodass er für den berätesten, für den tapfersten Mann im Staate galt. Wenn er, umgeben von einer Schar Patrizier, dastand, so bot er allein, über alle ragend, als wären mit seiner Stimme und Stärke alle Diktaturen und Konsulate sein, den Anfällen der Tribunen und den Stürmen des Volkes trotz. Unter seiner Anführung wurden die Tribunen mehrmals vom Markt getrieben und die Bürgerlichen zerstreut und verjagt. Wer ihm entgegentrat, zog mit Schlägen und ohne Kleider ab, sodass es einleuchtend war, wenn ein solches Verfahren gelte, sei es um den Vorschlag geschehen. Da setzte einer vom Amt der Tribunen, die fast schon mutlos waren, Aulus Virginius, dem Cäsor eine Klage auf Leib und Leben an. Den Feuergeist erbitterte er dadurch mehr, als dass er ihn schreckte. Umso viel eifriger bestritt dieser den Vorschlag, jagte die Bürgerlichen aller Orten und führte seinen Krieg gegen die Tribunen, als habe er nun ein Recht dazu. Der Kläger sah es gern, dass der Beklagte seinem Sturz entgegenflog, den Volkshass zur Flamme auflodern und ihn selbst Stoff zu Beschuldigungen finden ließ. Indessen brachte er den Vorschlag wieder in Anregung, nicht so sehr in Hoffnung, ihn durchzusetzen, als die Unbesonnenheit des Cäsor zu reizen. Und da fielen manche unüberlegte Äußerungen und Handlungen der Jüngeren allein dem verdächtigen Feuerkopf des Cäsor zu schulden. Gleichwohl ging der Vorschlag nicht durch. Auch sagte Aulus Virginius den Bürgern mehr als einmal, so merkte er es denn endlich, ihr Queriten, dass ihr einen Bürger, Cäsor und das gewünschte Gesetz nicht zugleich haben könnt. Doch was sage ich schon von dem Gesetz? Er verträgt sich nicht mit eurer Freiheit. An Übermut lässt er alle Tarquinier hinter sich. Wartet nur, bis der einst Konsul oder Diktator wird, den ihr schon im Privatstand durch seine Kraft und Kühnheit den König machen seht. Ihm stimmten viele von denen bei, die sich über Misshandlungen beschwerten und sie drangen sogar in den Tribunen, die Klage zu betreiben. Der Tag des Gerichts erschien und wie man sah, glaubten die Leute allgemein, dass auf der Verdammung des Cäsor ihre Freiheit beruhe. Da sah er sich endlich gezwungen, mit vieler Demütigung einem nach dem anderen die Hand zu drücken und seine Verwandten, die Ersten des Staates, gingen mit ihm herum. Titus Quinctius Capitolinus, der dreimal Konsul gewesen war, führte manches an, was ihm selbst und seinem Geschlecht Ehre machte, versicherte aber, weder im Stamm der Quinctia noch in ganz Rom habe je einer so viel Anlage zu einer so hohen Vollkommenheit gezeigt. Er sei sein bester Soldat gewesen. Er selbst habe ihn oft in die Feinde einbrechen sehen. Spurius Furius sagte, vom Quinctius Capitolinus sei ihm Cäsor damals in einer bedrängenden Lage zu Hilfe geschickt und seiner Meinung nach habe durchaus niemand zum glücklichen Erfolg mehr beigetragen als eben er. Lucius Lucretius, der Konsul des vorigen Jahres, noch neu umglänzt vom Ruhm, ließ den Cäsor an seinem Lob teilnehmen, schilderte ihm in Gefechten, stellte ihn ihnen dar in den Taten der Auszeichnung, bald auf Zügen, bald auf dem Schlachtfeld und riet ihnen nicht ohne Warnung, sie möchten in einem so ausgezeichneten, mit allen Natur- und Glücksgaben ausgerüsteten Jüngling, der auf die Macht jedes Staates, in welchen er sich begebe, einen wichtigen Ausschlag geben werde, lieber sich einem Mitbürger erhalten, als ihn dem Ausland zu gönnen. Was an ihm anstößig sei, seine Hitze und Kühnheit, davon nehme das Alter täglich weg. Was sie an ihm vermissten, Bedachtsamkeit, diese nehme mit jedem Tag zu. Sie möchten einem so großen Mann mit abnehmenden Fehlern und reifender Vollkommenheit vergönnen, im Vaterlande kreist zu werden. Unter diesen Fürsprechern flehte auch sein Vater, Lucius Quinctius, mit dem Zunamen Zincinatus, ohne die Verdienste seines Sohnes zu wiederholen, er hätte sonst den Hass nur häufen mögen, bloß unter Bitten um Nachsicht mit seinem Fehltritt und seinen Jugendjahren. Sie möchten ihm zuliebe, der keinen Menschen durch Wort oder Tat beleidigt habe, seinem Sohn verzeihen. Allein einige ließen den Bittenden nicht an sich kommen, entweder aus Scham oder aus Furcht. Andere gaben mit der Klage, dass sie und die Ihrigen von Cäsur gemisshandelt wären, deutlich durch ihre harte Antwort zu erkennen, wie sie über ihn stimmen würden. Außer der allgemeinen Abneigung drückte den Beklagten vorzüglich eine Beschuldigung. Marcus Volscius Victor, der mehrere Jahre vorher Bürgertribun gewesen war, hatte als Zeuge ausgesagt, er sei bald nach der Pest, die in Rom gewesen, in der Gasse Subura auf einen Haufen schwärmender Jünglinge gestoßen. Hier sei eine Schlägerei entstanden und sein älterer Bruder, der ohnehin von der Krankheit noch nicht völlig hergestellt gewesen, sei von einem Faustschlag des Cäsur halbtot zur Erde gesunken. Seine Erklärung hierüber sei die, dass hieran der auf ihren Händen zu Hause Getragene gestorben sei. Allein unter Konsulen, wie die der letzten Jahre, habe er es nicht geraten gefunden, die Tat, so scheussig sie sei, anhängig zu machen. Als Volscius dies schreiend wiederholte, wurde die Erbitterung so groß, dass Cäsur beinahe unter den Händen des einstürmenden Volkes sein Leben verloren hätte. Virginius hieß den Kerl greifen und ins Gefängnis bringen. Dies verhinderten die Patrizier durch Gewalt. Titus Quinkzius rief laut, wer auf Leib und Leben angeklagt sei und nächster Tage sein Urteil zu erwarten habe, an dem dürfe man, als an einem noch unverdammten, noch ungehörten, keine Gewalt üben. Der Tribuner widerte, er werde ihn nicht unverdammt hinrichten lassen, wolle ihn aber bis zum Gerichtstag in gefänglicher Haft behalten, damit es dem römischen Volk möglich bleibe, einen Mörder zur Strafe zu ziehen. Die Tribunen, die er nun um Beistand ansprach, wussten die ihnen zustehende Hilfsleistung durch einen in die Mitte tretenden Ausspruch zu decken. Sie verboten, ihn gefangen zu legen, erklärten aber ihre Meinung dahin, dass der Beklagte gehalten sein solle, sich zu stellen und dem Volk auf den Fall, dass er sich nicht stelle, eine Summe Geldes zugesichert werde. Wie hoch die zu versichernde Summe sich belaufen solle, überließen sie, weil sie nicht darüber eins werden konnten, der Entscheidung des Senats. Während die Väter zu Rat saßen, musste der Beklagte auf dem Platz bleiben. Der Senat beschloss, er solle Bürgen stellen und jeder Bürger mit 3000 Kupferass haften. Die Zahl der Bürgen sollten die Tribune bestimmen. Sie setzten sie auf 10. So viele Bürgen ließ der Kläger für den Beklagten sich verbirgen. Und dieser war der erste, der dem Volke Bürgen stellte. Als er vom Platz entlassen war, ging er als Auswanderer ins Tuskerland. Am Gerichtstag entschuldigte man seine Nichterscheinung mit seiner Auswanderung in die Fremde und da Virginius dennoch die öffentliche Verhandlung fortsetzte, so entließen seine Amtsgenossen, deren Hilfe man ansprach, die Versammlung. Allein das Geld würde mit vieler Härte bei dem Vater eingetrieben, sodass er nach Verkaufung aller seiner Habe lange Zeit jenseits der Tiber gleich einem Verbannten in einer abgelegenen Hütte lebte. Diese Gerichtssache und der ausgehändigte Vorschlag hielten die Bürgerschaft in Bewegung. Vor auswärtigen Waffen hatte man Ruhe. Als nun die Tribunen, gleich Siegern, ihren Vorschlag so gut als durchgesetzt ansahen, weil die Väter durch Cäsos Entfernung mutlos geworden waren und die Bejahterin unter ihnen, wenn es auf sie angekommen wäre, den Besitz der Staatsverwaltung aufgegeben hätten, so trieben die jüngeren Väter vorzüglich die von Cäsos Bekanntschaft ihren Streit gegen die Bürgerlichen noch höher, ohne den Mut sinken zu lassen und gewannen am meisten dadurch, dass sie ihre Kämpfe nach einem gewissen Plan beschränkten. Wie es also nach Cäsos Auswanderung das erste Mal wieder zum Antrag über dem Vorschlag kam, so taten sie unter dem Beistand eines großen Heeres von Schützlingen auf die Tribunen, sobald diese durch den Befehl zum Auseinandergehen die Gelegenheit gaben, ihren Angriff mit solcher Haltung und Fassung, dass jede Einzelne von der daraus erwachsenen Ehre oder Feindschaft keinen größeren Anteil mit zu Hause nahm, als sie zusammen und dem Bürgerlichen nur die Klage blieb, dass statt eines Cäsos ihrer Tausend aufgestanden waren. In den Zwischentagen, an welchen die Tribunen nichts mit dem Vorschlag zu tun hatten, war niemand sanftmütiger oder friedlicher als sie. Sie begrüßten die Mitglieder des Bürgerstandes freundlich, redeten sie an, luden sie ein, leisteten ihnen gerichtlichen Beistand, ließen selbst den Tribunen alle übrigen Versammlungen ungestört, waren gegen niemand, so wenig in öffentlichen als in Privatangelegenheiten, die heftigen, außer wenn die Verhandlungen über den Vorschlag begannen. In allen anderen Fällen waren die jungen Männer dem Volk zu Willen. Auch setzten die Tribunen nicht nur alles Übrige durch, sondern wurden sogar auf das folgende Jahr wiedergewählt. Ohne ein hartes Wort, viel weniger durch irgendein gewaltsames Mittel, bloß durch Güte und sanfte Behandlung hatten die jungen Männer das Volk gewonnen. Durch diese Künste wurde der Vorschlag ein ganzes Jahr lang hingetrieben.